Hallo ihr Lieben, zur Grundosmo 7 mit dem Porsche 917K. Mit den Einstellungen geht es heute ins Rennen zur Schwarzwart-Liga Nürburgring mit anschließendem Replay. Mal schauen, in der Medien sind drauf, hier reden sie sehr gerne. Sieht auch schon mal bewölkt aus, was ich gut finde. Und dann mal schauen, wie es läuft. Da gibt es öfter mal Gerange, weil die Strecke so eng ist. Oder ich zu dolle über die Rennsteine, Bretter. Oder am Rohrfahrer. Wäre schon mal kein guter Ampfang. Vielleicht gleich schon mal zu schnell. ohne Rennsteine. Wieder einmal das mit den weiteren Rennsteine, oder der Eierktschapsflieh oder der Beziehungswald. Ich bin nur ein riesiges Training. Ich bin nur noch nie conserviert. Ich habe auch über die Rennsteine, Und das neue Rennsteine. Ich bin auch nach oben, es wurde mit dem die Rennsteine. Ich bin doch nicht mehr! Ich bin jemanden, ich bin nicht mehr als ich! Ich bin jemanden, Tolle Konzentration! Kann man jetzt versuchen? Ah! It's raining! Das ist schon mal nicht schlecht, zumal ich da mit jetzt drauf hab. Ohhhh! Das ist doch bremst, verdammt! Ohhhh! 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 Das ist eigentlich nicht hier. Ich sehe es auch nicht so viel. Vor allem bei den Huberdrehen. Hallo. Das ist schon ein bisschen ruttig. Ich bin da zu früh aufgebrochen. Ich habe das schon vergessen. Ich bin da zu früh auf dem Fahrt. Und zwar noch mal equipartete. Ich bin da zu früh. 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 Das ist ganz schön. Der rutscht teilweise ganz schön. Hier kommt die Sonne. Die Strecke ist trotzdem noch nass. Die Strecke ist trotzdem noch nass. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das war auf jeden Fall bisher das beste Rennen, was ich auf der Strecke hinbekommen habe Das war das bei Regen, also alles schon ganz andere Abflüge Hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht Ich sage danke fürs Schauen Hoffe ihr seid beim nächsten Rennen wieder mit dabei Und ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß mit dem Replay Bis zum nächsten Mal, bye bye Bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020